Wir laden Sie wieder dazu ein, das kreative und spielerische Significant Terms Tool zu nutzen. Damit haben Sie die Möglichkeit, aus den verschiedenen Vortragsvideos des MOOC Ihr ganz persönliches Highlight-Video zusammenzustellen. Quasi ein Best-of der Inhalte, die Sie selbst am spannendsten gefunden haben. Um Significant Terms nutzen zu können, notieren Sie sich bitte beim Betrachten der Lektionen alle Begriffe aus den Videos, die Ihnen besonders wichtig erschienen sind. Um das machen zu können, finden Sie unter jedem Video einen Link zum Significant Terms Tool. Das Tool hilft Ihnen dabei, Ihre Begriffe und die entsprechenden Ausschnitte aus den Vortragvideos festzuhalten. Weitere Infos und eine detaillierte Anleitung finden Sie direkt im Tool selbst. Wenn Sie alle Lektionen fertig angesehen haben, können Sie noch einmal ins Significant Terms Tool zurückkehren. Dort finden Sie als Belohnung Ihr ganz persönliches Video-Meshup von Digitales Leben 4. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit und hoffen, Sie haben eine spannende Zeit im MOOC Digitales Leben 4.